Hallo und herzlich Willkommen zu UpsiBeyond. Wir werden heute unsere Autocrafting-Reitschaften ein bisschen umstrukturieren. Ich werde das Ganze mal nach hier transportieren und ich glaube, du musst doch anders sehen. Du bist echt gerade ein bisschen nervig. Du bist irgendwie immer nur im Weg. Ich bin irgendwie nie da, wo du hinwohnst. Ich bin gerade dabei, ein paar Solarpanele zu craften. Dafür bist du gerade ziemlich hart am Schuften. Wir tun es mal ganz kurz abbrechen. Ich tue gerade das Solarpanele 6. Wir cancelen es mal ganz kurz, damit das Ding sich ein bisschen beruhigt. Wir können aber jetzt schon mal kurz den machen. Jetzt kommt das mit und dann kommt das. Und du kommst auch mit. Fangen wir mit den an. So. Also. Das war falsch. Ich glaube, ich brauche ein bisschen besseres. Du liegst blöd. Dann packe ich dich mal eher hier so hin. Ähm. So. Okay. Number Uno. Alloy Smelter. Alloy Smelter. Du bist Furnace Only. Okay. Interface. Du bekommst die zurück. Bist du der Alloy Maker. Und bekommst dies. Und das hier alles. Zack. Dann. Dann. Ähm. Kommt die Sagmill. So arbeiten. Nein. Gut. Das heißt, du kommst weg. Wir werden an die Seite dranhängen. Ich weiß noch nicht genau. Was hängt hier mit dran? Gar nichts, ne? Gerade. Das ist gut. Das ist gut. Ich würde mich die untere Ecke nehmen für die Sachen, die einen extra Exporter noch brauchen. So wie zum Beispiel der Growth Crystal Chamber. Aber die NIO Sachen können ja zum Glück sich selbst in- und exportieren. Das ist ultra praktisch. Oh. Das war nicht so clever. Ähm. So. Sagmill, das bist du. Moment. Ich gucke es auf. Nicht kitzeln. Uff. So. Ähm. Da kommt natürlich überall ein Käbelchen drauf. Das wird noch hier hochgeleitet. Äh. Zu dieser Seite. Hatte ich Emi-Käbel? Ja, ne? Also Emi-Konduide meine ich. Emi-Konduide. Zwei Stück. Doch so viel. Toll. Na ja. Das reicht ja um das... Nee, heißt nicht. Na ja. Gut. Dann muss ich halt... Du bist ja wohl disabled. Danke. Du kommst hier ran. Ein bisschen kurde Muddeln, aber Hauptsache hilft. So. Verbunden. Dann den Growth Crystal Chamber. Du bekommst auch ein Interface. Ähm. Da kommt ja so drauf noch nicht. Mhm. Du bekommst die beiden zurück. Eine Verbindung. Und du bist der Erste, den wir exportieren lassen. Extract Always Active. Der Filter. Du bekommst das Ganze da oben. Zur Kiste. Hier haben wir einmal Items. Disabled. Habe ich nicht irgendwo noch mal eine Jetta-Range gehabt? Jetta, Jetta. Jetta, 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 Jetta. Okay. Mehr davon. Habe ich davon noch welche? Oder... Ja. Allerdings nicht hergestellt, ne? Kann ich noch? Ja. Das sollte wohl reichen. So. Und zwar natürlich, selbstverständlich, in das Gerät. Und zwar Import, Insert, äh... Prio 1. Du darfst hier gar nichts machen. Ähm... Dich tun wir dann hier drüber am besten verbinden. Ja, ne? Nein. Nicht da drüber. Und hier. Hallo. Nicht shift, nicht hält. So. 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 Disable. Lü Lü. Extract. Insert. Hättig. Ja. Du kriegst da oben drüber Strom. Okay. Das kommt dicht. Das kommt drauf. Zack. So. Die nächsten bitte. Wenn ihr da oben immer noch arbeitet, dann kann man den mal ganz gut unterbrechen. Das ist mir jetzt zu nervig. Zu nervig, sag dich. Danke. Das heißt, ihr bekommt freie Hand. Du Pulverizer hast... Achso, ja, die Sache mit dem, das funktioniert ja nicht. Ja, dann brauche ich da halt einen Exporter. Können wir nichts machen. Okay. Hier ist soweit alles gut. In dem Sinne... Was bist du, Extract? Never active? Hoffe ich doch. Wieso, das ist ziemlich voll. Das bist du. Dich brauche ich nicht. Dich brauche ich nicht. Dich brauche ich auch nicht. Sowieso. Okay. Also, haben wir noch hier der Pulverizer. Das müssen wir so ein bisschen anders machen bei dem. Erstmal den Double Crusher. Der ist ja noch quasi Standard. Und Kabel und Kapitän. Sand. Und einmal extrahieren. Ging das hier drüber? Oh Gott, ich hoffe, müsste... War es unten? Kurz testen. Ja, ja. Perfekt. Okay. Okay, okay. Aber du gehst mir gerade gewaltig auf den Sack. Muss ich schon echt zugeben? Ich sagte... Nein, 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 nein. Und Strom. Genau, Strom braucht es auch noch. Deswegen gibt es hier nochmal Strom. Gibt es hier nochmal Strom? Oh, bitte schön. Alter, mir läuft es gerade so und die Stirn runter. Das ist so ekelhaft. Ich hasse es, wenn es so ultra heiß ist. Weil hierzu schaut es gerade in meinem Zimmer. Ich habe eine Dachschräge hier. Und das ist furchtbar. Draußen ist ein angenehm. Aber hier drinnen ist unerträglich eigentlich. Alles nur für euch, meine Freunde. Alles für euch. So, jetzt kommt der Pulverizer plus... Eigentlich kann ich euch hier klauen, ne? Obwohl ihr... Stimmt. Ihr seid ja sowieso schon für Diversitäten verantwortlich. Stimmt. Das heißt, du brauchst bloß wirklich den ganzen Exporter. Für die Ärzte, genau. Für die fiesen Ärzte. Also Diamond und Redstone, Kohle und so weiter. Stimmt. Das war es ja so gewesen. Ich erinnere mich. So, einmal... Wir müssen halt unten exportieren, wenn es nicht anders geht. Oben rein, unten alles raus. Extract always active. So, ähm... Einmal export was. Dafür brauchen wir jetzt ein Upgrade, um das zu erhöhen. Das ist... Einmal das Fuzzy. Upgrades, wo sind denn die hier? Da. Äh, Fuzzy. Fuzzy? Nee. Capacity? Fuzzy war... Ähm... Doch, das war doch das, oder nicht? Oder? Nee, das war immer was mit Filtern. Das ist das Größere. Äh... Ich wollte gerade sagen, die Cards habe ich doch wohl eingespeichert. Aber das sind die falschen Cards. Ähm... Können wir den mal ganz kurz noch einmal... Patentieren quasi? Pat... Patent... Patentieren? So, und... So, ähm... Das bist du. Danke. Dann kommst du. Wobei, dich will ich... Ich hoffe, eins reicht. Hab ich doch nicht. Nein, reicht nicht. Zwei davon. Und dann... Ja, direkt an der Erze. Äh, wo war's? Wo war's? Da war's. Hab... Mhm. So. Ähm... Oh, also. Kohle. Kohle. Lapis. Redstone. Diamond. Hypermünd. Emerald. Tertus Quartz. Charge Tertus. Obwohl, das geht, glaube ich, gar nicht. Weiß ich gar nicht. Diamond. Ähm... Na? Na? Hallo? Nein? Danke. Äh... Emerald. Kurz gucken, ob es auch wirklich hier da den meisten Output rausgibt. Oh, ähm... Crusher. Zwei Dust. Die können wir nicht nehmen. Das geht nicht. Dann haben wir uns nochmal nur einen. Äh... Pulverizer. Zwei Stück. Äh, gut. Gilt das auch für Redstone und Co? Beziehungsweise für... Ähm... Zertus Quartz? Geht das überhaupt? Crusher nur Dust. Sag Mill. Es geht nur in der Sag Mill. Das ist schade. Okay, dann muss ich... Vielleicht ein zweites Sag Mill machen mit Exporter. Also, die Zeros-Dinger gehen nicht. Zeros-Zeros. Emerald geht mit Sicherheit. Sag mal weg. Weg mit hier. Lapis-Kohle. Sollte alles gehen. Das ist alles Vanilla. Sollte auch alles gleich funktionieren. So. Okay. Also. Schwieb. Kann ich jetzt ja einfach das reinschiffen? Ja, ne? Hopp. Diamond. Ist drin. Diamond. Lapis-Kohle. Redstone. Emerald. Nochmal damit. Oh. Okay. Okay. Äh. Verbinden solltest direkt loslegen. Rein theoretisch. Ja. Er läuft. Er läuft. Strom. Strom. Einmal Strom für dich. Jawohl. Du bist jetzt nicht so sonderlich schnell. Das könnten wir noch ändern. Mit Upgrades. Mit. Ähm. Äh. Augment. Moment. Und zwar den Speed-Up. Äh. Augment. Aug. Eins. Zwo. Eins. Zwo. Mhm. Flipp. Gut. Noch genug Strom. Nice. Nice. Okay, dann hätten wir das soweit fertig. Korrekt. Du bist gefiltert. Ja. Ähm. Du bist am Schlüssel. Ich brauche natürlich Sack-Mill für die anderen Sachen. Wobei ich das auch per Hand machen kann, wenn es soweit ist. Weil wir ja... Obwohl kriegen... Nee, kriegen wir nicht, ne? Hm. Wir haben schon ziemlich viel Sack-Mill. Das Quartz ist ja nicht, ne? Also eigentlich lohnt es sich ja nicht. Nur ich brauche halt aus dem Quartz noch die Sachen raus. Die kommen auch in den Double Crusher. Ähm. Und zwar... Wie viel kommt da raus? Aus einem... Quartz drei. Okay. Eins, zwei, drei. Processing. Alles leer. Drei Quartz. Nee, Quatsch. Ähm. Da kommen drei Quartz raus. Aus einem... Nether Quartz-Ohr. Im... Double Crusher. Zack. Ganz einfach. Okay. Okay. Damit bin ich schon mal sehr zufrieden hier. Es sieht schon sehr viel aufgeräumter aus. Und ist auch definitiv etwas sortierter insgesamt. Jetzt können wir hier die ganze Maschine, die wir hier haben, ordentlich sortieren. So, wie sie auch sein sollen. Du. Da kommst du woanders hin. Ähm. Slice and Spice. Painting Machine. Was willst du? Eine Paint... Warum habe ich zwei Painting Machines? What the fuck? Das kann doch wieder ein Fehler von mir gewesen sein, weil ich es nicht gerafft habe. Ich hält. Gut möglich. Alles gut möglich. Und dann können wir es ganz einfach mal fassadieren hier. Fassadieren? Ich mein Gott. Ich erfinde heute Wörter. Das ist ja der Wahnsinn. Mit Fassaden verkleiden? Ähm. Puh. Was mache ich mit dir? Ähm. Ähm. Ich stelle dich. Puh. Schwierig. Ich glaube... Oh, ich weiß es nicht. Ich stelle ihn hier vor. Punkt aus Ende. Ja. Kann ich eigentlich... Oh. Kann ich dich eigentlich auch hier verdingseln? Tschüss mal ganz kurz. Nein, das geht nicht. Schade. Ähm. Boah, die sind gar nicht davon beeinflusst, ne? Eigentlich nicht. Painting Machine. Konduit Fassade. Warum? Warum? Diese drei... Hä? Hä? Ich weiß nicht mal warum. Das passt nämlich so gar nicht. Eigentlich. Fassade, Fassade. Habe ich davon... Habe ich davon... Oh Gott. Dann muss ich mal einspeichern. Obwohl, davon habe ich wahrscheinlich überhaupt gar nichts mehr. Pff. Ähm. Einspeichern sagte ich. Das wäre hier. Ein paar Teern. Patern, patern, patern. Einmal das Rezept. Äh. Ja. Okay. Ähm. Und gleich danach gibt es das Rezept. Ähm. Kurz einen durchschmelzen. Nein. Auch nicht. Ja. Ich habe Konduit beinahe drin. Kannst sagen. Okay. Das Ding ist gut. Das Rezept ist nicht eingespeichert. Das macht eigentlich keinen Sinn. Aber gut. Jetzt haben wir es drin, oder? Habe ich es jetzt drin? Ja, ne? Ähm. Compound. Habe ich mal jetzt zwei im System? Oh Gott. Bestimmt. Bestimmt. Compound. Äh. Das sieht man jetzt auch nicht. Hallo? Ach. Mist. Compound. Compound. Da ist mein Compound. Yep. zu übereifrig. Hm. Denn. Immer zu viel als zu wenig. So. Konduit. Was auch immer. Go ahead. So. Dann mache ich das Ganze aus... Ach ja. Aus was denn? Aus was denn? Ist die Frage. Das schon mal nicht. Beide kann ich das eigentlich nehmen. Als Säule. Nochmal als dahin und in die Mitte kommt. Dann was? Ich kann normale Bricks nehmen. Wenn die sich eh nicht connecten wahrscheinlich. Marble. Chisel. Nein. Chisel. Falscher Chisel. Der richtige Chisel ist das hier. Können wir Dingens nehmen? An den Sieb? Heißt es so? Ne. Diurid? Ja. Schon eher. Allerdings nehmen wir dann das. Nein. Das. Mit hübschen, schönen Bricks. Das. Nehmen wir die. So. Aha. Sechs Stück. Drei reichen erstmal. Nein. Ähm. So wie das bitte. Das muss ich mal hier zu Ende bauen dann. Ähm. So. Hier kommt die Säule hin. Und hier machen wir noch. Keine Ahnung was. War ich noch nett. So. Zack, 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 zack. Das ist okay. Ähm. Hier kommt die Säule hin. Ähm. Pilar. Nein. Pilar, Pilar. Ähm. Weil der hier echt ziemlich kacke aussieht. Wir müssen den vorne hin bauen. Pilar, Pilar. Äh. Pilar. Nein. Äh. Dingensfassade. Du bist. Nein. Ja. Du bekommst die Säule. Säule, Säule. So. Ist zwar nicht hübsch, aber praktisch. Hm. Hm. Ich bin noch nicht so ganz überzeugt davon. Muss ich ehrlich zugeben. Ähm. Das überlegen uns auch meine nächsten Folge. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Äh. Kowski. Kowski. Ich hab den다고. Du s- Jäule, wir brauchen ihre Makstage. Du bist. almost aha. Halton. Jetzt machen wir so sehr volume.